Nun, ihr fragt euch gewiss alle, weshalb ich euch herbeirief. Die Kodan ignorieren unsere Stimmen. Sie können nicht mit Ochse, Adler oder Vielfraß sprechen. Doch Braham kann das. Warum ich? Ihr seid ein Norn der Prophezeiung, doch noch kein wahrer Norn. Nehmt die Kraft der verlorenen Geister. Nutzt sie gegen Draka. Nur dann werdet ihr einen Platz für meinen Geist in eurem eigenen finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017